Was waren eigentlich noch mal Get-Parameter? Erwischst du dich auch andauernd dabei, wie du sie nicht benutzt? Zum Beispiel die Google Analytics Standard-Parameter, UTM-Parameter? Die solltest du in jedem Link benutzen, wenn du im Online-Marketing unterwegs bist. In jedem Link, den du in Facebook-Kampagnen setzt, den du in irgendeinen Blogbeitrag reintust oder vor allen Dingen bei Newsletter-Kampagnen. Dort solltest du Get-Parameter, UTM-Parameter verwenden, in der URL des Links, den du setzt, wenn du vor allen Dingen mit Google Analytics arbeitest. Ja, viele haben davon noch gar nicht gehört oder so wie ich, da muss ich mir auf die Finger klatschen, benutzen die nicht oft genug. Aber es ist ganz wichtig für dich, dass du daran erinnert wirst, dass du die immer benutzt. Ich zum Beispiel muss mich selber darauf dran erinnern, weil mit diesen Parametern kannst du deine Landingpage customisen. Also du kannst Inhalte auf deiner Landingpage einblenden, die sonst nicht da wären oder das Keyword, das jemand eingegeben hat oder irgendeinen bestimmten Deal-Prozent dahin packen, nur für jemanden, der über eine bestimmte Website deine Website gefunden hat. Du kannst Tracking optimieren, also du kannst beispielsweise deine E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer auf der Website austauschen aus Basis der Informationen, aus der URL, die du benutzt hast. Und es geht noch mehr. Und was alles funktioniert, zeige ich dir heute in diesem Video. Ich möchte dich motivieren, häufiger mit denen zu arbeiten. Ich zeige dir jetzt, wie die aussehen, was du alles damit machen kannst und jetzt geht's los. So, bevor ich dir irgendwas Theoretisches erzähle über UTM-Parameter oder hier oben Get-Parameter insgesamt, möchte ich dir auf jeden Fall erstmal noch ein Beispiel zeigen. Ich habe schon ein bisschen was im Intro gesagt, aber hier jetzt, wenn ich hier ein Fragezeichen hin tue, dann bedeutet das, ab jetzt kommen Parameter, Get-Parameter heißen die. Okay, also, wenn in einer URL, in einer Adressleiste oben ein Fragezeichen kommt, dann kann es jetzt mit Parametern losgehen. Zum Beispiel KW ist gleich und jetzt setze ich mal hier Google ein und jetzt könnte ich ein Leerzeichen schreiben und dahinter Ads schreiben. Das Leerzeichen wird allerdings durch Prozent 20 ersetzt. Du wirst jetzt sehen, genau, Prozent 20. Und du siehst jetzt, auf einmal steht hier Google Ads Kurse. Ja, wirklich, hier auf der Seite steht Google Ads Kurse. Das war ich hier oben durch die URL. Ich zeige dir nochmal, was ich noch einsetzen kann. SEO zum Beispiel. Auf einmal steht hier SEO Kurse. Ja, das bedeutet, ich kann durch meine URL oben meine Seite steuern. Ja, zum Beispiel SEO Prozent 20 Kurse. Ja gut, das wäre doppelt gemoppelt. SEO Marketing Kurse zum Beispiel. Wenn ich das Wort Marketing klein schreibe, wird das hier gleich trotzdem groß geschrieben, weil ich das mit CSS einfach groß schreibe, okay? Aber du siehst, ich kann meine Seite steuern. Und jetzt kommt's. Wenn ich noch einen zweiten Parameter übergeben will, dann trage ich hier einfach ein Unzeichen, also ein Ampersand ein. So heißt das Zeichen. Und trage hier zum Beispiel ein Mail-Tracker ist gleich Malte Prozent 40. Oder nehmen wir mal Thomas, der gute alte Thomas, Prozent 40 steht für ein Ad-Zeichen Website-Piloten.de. Thomas nimmt mir die meiste Arbeit ab. So, wenn ich jetzt das Ganze lade, wenn ich das erste Mal komme, steht hier direkt Thomas at Website-Piloten.de. Hier muss ich jetzt zweimal laden, weil das Ganze als Cookie gespeichert wurde. Und jetzt steht hier Thomas at Website-Piloten. Das bedeutet, wenn jemand von Google Ads kommt, verdaut diese Information, könnte ich, und jetzt haltet euch kurz fest, das hier oben übergeben und nicht nur das, ich kann's in einem Cookie speichern, das ist aber ein anderes Video und geht zum Beispiel aufs Impressum. Hier wirst du sehen, wenn ich runtergehe, hier steht auch Thomas at Website-Piloten.de. Also, der hat sich das irgendwie gemerkt, ja? Normalerweise steht da Kurs at Website-Piloten.de, aber weil das auf der Seite vorher übergeben wurde, wurde das dann in einem Cookie gespeichert und dann hier reingepackt. Ist das datenschutzrechtlich korrekt? Das ist eine gute Frage, die muss man mit seinem Anwalt klären. Fakt ist aber, dass ich das Ganze ja an niemand Drittes weitergebe und, was auch wichtig ist, dass ich das Ganze als First-Party-Cookie speichere. Das zeige ich dir mal direkt. Also, die Cookies, die zu dieser Seite gehören und nicht zu Google oder irgendwem. Hier habe ich dann Mail-Tracker, hier oben. Und hier steht Thomas-Prozent-Fürzig-Website-Piloten.de. Das ist also die E-Mail-Adresse und die wird eingesetzt. Ich kann das auch entfernen, ne? Hast du gesehen, zack. Ich hab jetzt gerade ein bisschen zu viel entfernt. Aber wenn ich jetzt hier eingebe, zum Beispiel die Fragezeichen Mail-Tracker ist gleich malte-at-website-piloten.de. Kannst du mir gerne eine Mail schreiben. Dann habe ich hier unten malte-at-website-piloten.de. Das funktioniert. Ich kann auf meiner Seite eine E-Mail-Adresse einsetzen auf Basis des UTM-Parameters. Und soll ich dir was sagen? Schick das Video hier deinen Online-Marketing-Freunden. Weil das hat niemand auf der Website. Niemand macht das. Niemand tauscht die E-Mail-Adresse aus. Shops machen das nicht. Das machen deine Unternehmerfreunde nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Das macht niemand. Aber warum eigentlich nicht? Ist doch Online-Marketing technisch völliger Käse. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diese Landingpage gehe und ich habe irgendwie eine Frage hierzu. Und ich finde hier nicht direkt eine E-Mail-Adresse. Dann gehe ich doch hier runter aufs Impressum und klicke hier drauf. Das mache ich sogar bei Shops. Wenn ich denen was schreiben will, dann gehe ich hier drauf und kontaktiere die. Und gerade wenn du jetzt eine Buchhaltung bist oder ein Steuerberater, Anwaltskanzlei, was auch immer oder du bist für Bauschutt, Abtransport zuständig, dann brauchst du sowas. Weil du weißt doch gar nicht, woher die Leute auf deine Website gekommen sind. Ich meine, niemand klickt hier drauf. Ich meine, Mail für den Mac beispielsweise ist die Hölle auf dieser Erde. Ich würde niemals auf eine E-Mail-Adresse klicken und sie dann sozusagen beantworten über meinen Computer. Ich kopiere die immer in die Zwischenablage, gehe dann in mein E-Mail-Programm und schreibe dann dieser E-Mail. Das bedeutet, Tracking-technisch hättest du mich verloren, wenn du über Google Ads die Leute zu mir schickst, ohne Tracking-Parameter. Und jetzt weißt du auch, warum die so wichtig sind. UTM-Tracking-Parameter einerseits, aber Get-Parameter, so heißen die nämlich hier oben drin, Get-Parameter insgesamt. Und jetzt ist dieses sehr technische Video hoffentlich nicht mehr so langweilig. So, und das war der erste Grund, wenn ich jetzt hier auf die Seite zum Beispiel gehe, dass ich hier was dynamisch einsetze. Der zweite Grund für UTM-Parameter ist, dass wenn dir jemand eine E-Mail schreibt über deinen Newsletter zum Beispiel, dann willst du unbedingt UTM-Parameter benutzen, weil die haben kein automatisches Tagging. Automatisches Tagging bei Google Ads, und jetzt gehe ich mal kurz rüber zu Google Ads, findest du hier, das ist so ein Layout, das testet Google Ads gerade bei mir, deswegen gehe ich mal hier rüber. Hier habe ich das im alten Layout an. Ich hoffe, dass es so bei dir aussieht. Und wenn ich hier auf alle Kampagnen gehe, und dann habe ich hier Einstellungen, die kennen viele nicht, unter Kontoeinstellungen hier, hier habe ich automatisches Tagging aktiv. Das übermittelt eine GCLID, die Google Client Identifier. Nicht ID, genau. Aber das ist die Abkürzung für Google Client Identifier. GCLID. Kannst du sehen, wenn du irgendwo Google Ads Anzeige klickst, Boome kaufen, dann wird das immer mit übermittelt. Es sei denn, die deaktivieren das. Hier siehst du also GCLID. Und hier rüber werden die Parameter zu Analytics gebracht. Das bedeutet, in Analytics sehe ich dann die Quelle, ich sehe die Kampagne, ich sehe da alles im Analytics. Okay? Im Analytics 4, also hier, wie auch im alten Analytics, also Universal Analytics. Okay? Aber für Analytics ist es super wichtig, dass wenn jemand über Facebook kommt, dass du dann zum Beispiel diesen einen Parameter, den zeige ich dir mal anhand eines Blogbeitrages, hier, diesen Blogbeitrag, den mache ich auch unter dieses Video, ne? Den würde ich mir komplett angucken an deiner Stelle. Ich wollte jetzt kein Video machen, das so aufbereitet ist, wo ich dir alles im Einzelnen zeige. Ich will dir ein praktisches Video machen, okay? Weil ich denke, jeder kann verstehen, wenn er einen Blogbeitrag hier drüber liest, wie diesen hier. Der, schau dir den an, was ist das Ganze und so. Aber ich will, dass du das Ganze in Action siehst. Du brauchst vor allen Dingen für Facebook auch diese UTM-Parameter. Deswegen sind die immer noch so wichtig, weil wenn du bei Facebook zum Beispiel sagen willst, ich habe fünf Anzeigen und ich will wissen, welche besser konvertiert und das will ich in meiner Analytics sehen, dann übergibst du vor allen Dingen für Anzeigen Inhalte diesen UTM-Content hier. Und dafür gibt es einen, ja, einen Link. Also ich meine, ich schreibe die immer manuell, ja? Ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte Werbung für unser Durchstarterpaket machen, wo du übrigens das Video findest im Durchstarterpaket, melde dich ruhig hierfür an. Da findest du auf jeden Fall weitere Videos zu diesem Thema und vor allen Dingen werde ich hier das Video einbetten in unser Durchstarterpaket, wo du findest, wie man das hier macht, dass man im WordPress und dafür kannst du die Inspiration auch für andere Programme wie ShopRare und so weiter holen, wie man es schaffen kann, durch sehr wenig Skript, das hier auszutauschen auf Basis der Parameter oben in der URL, okay? Also, hier findest du weitere Videos von mir, das als Werbung an der Stelle hier. Auf jeden Fall, wenn ich hierfür Werbung machen will, auf Facebook zum Beispiel und will da sagen, hey, wir haben coole Videos, ja, dann würde ich hier bei Campaign Source und diesen Link hier natürlich, wie man sich die Kampagnen-URLs baut, den tue ich dir hier unten natürlich in die Beschreibung, da würde ich dann hier Facebook eingeben, als Medium würde ich CPC eingeben, hier siehst du so einen kleinen Asterisken, das bedeutet, die sind auf jeden Fall hier, ähm, die sind Pflichtfelder, ja, und hier unten bei Campaign Content würde ich dann zum Beispiel, wenn ich angezogen auf einem Stuhl sitze und mache ein Video, dann würde ich angezogen Stuhl hier eingeben und wenn ich zum Beispiel angezogen auf dem Sofa sitze, würde ich angezogen Sofa eingeben, einfach um mich zu beschreiben, wenn ich irgendwie mir die Haare grün gefärbt habe, dann würde ich da noch grüne Haare dahinter schreiben, das kann ganz, ganz lang kann das so aussehen. Wenn ich da Umlaute drin habe, guck mal, hier unten, da encoded er dann die URLs, ja, und dann kann ich hier einfach auf Copy, Copy Campaign URL gehen und kann das dann als Landingpatch URL bei Facebook einfach eintragen. Also ich kann das einfach benutzen oder ich kann das hier als URL benutzen in meinem Newsletter und weiß dann, derjenige kam zum Beispiel aus dem Newsletter 1 oder kam aus dem Newsletter 2 oder kam aus dem Newsletter, ich kann übrigens Leerzeichen durch Plus oder durch Prozent 20 angeben, Moment, Prozent 20, Newsletter und dann zum Beispiel 31.01.2018, ist lange vorbei, ne? Blödsinn. Ja, okay, also hier kann ich dann sagen, welcher Newsletter ist das, nehme dann diesen Link und nehme dann diesen Link anstatt nur meine Landingpage in dem Newsletter und sehe dann später im Analytics, dass derjenige über die Werbeanzeige, das ist jetzt hier noch ein bisschen schwierig im Google Analytics 4, ja, aber ich kann mir dann auch die Werbeanzeige, also den Content hier im Google Analytics 4 auswerten, vor allen Dingen die Kampagne ist dann natürlich bei Facebook auch wichtig, dass ich dann zum Beispiel hier den Kampagnenamen eintrage, Kampagne 1, ja. So. Das war mein Motivationsvideo, warum du UTM-Parameter in jedem Link, in deinen E-Mails, in wo auch immer du Marketing machst, benutzt, aber die meisten wissen das nicht, die meisten Online-Marketer, die haben sich noch nie mit dem Tracking so, also ich kenne ganz viele, ja, ich telefoniere ab und zu mit irgendwelchen Leuten oder frage so in unseren Seminaren auf Website-Piloten so, benutzt ihr UTM-Parameter und viele sagen nein, also so 80 Prozent, die irgendwie online unterwegs sind, die irgendwie Content für irgendwen schreiben, die benutzen im Blogpost eben nicht diese UTM-Parameter. Ich selber vergesse es oft, ja, ihr habt mich erwischt, geht in unseren Blog und die Welt sehen, ich benutze oft keine UTM-Parameter. Mist. Genau. Benutzt sie mehr. Sie sind geil. Du kannst dadurch sozusagen überall im Analytics sehen, worüber kam derjenige und du kannst diese Insertion machen auf deiner Website, wozu ich dir ein weiteres Video bereitstellen will. Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei diesem Video hier. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, die GET-Parameter häufiger zu verwenden. Wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, schau mal auf websitepiloten.de vorbei. Wir haben dort ein Durchstarter-Paket. In diesem Durchstarter-Paket gibt es mehr als 50 Videos von mir kostenlos zu Google-Ads-Themen, Facebook-Ads-Themen, Tracking-Themen, also wie man sein Tracking auf der Website verbessern kann. Du bekommst sogar ein Skript von mir, mit dem du die GET-Parameter auswerten kannst auf deiner Website, also in der URL und auf Basis dieser GET-Parameter zum Beispiel das Keyword verbauen kannst, zum Beispiel in einem Titel oder wie du sogar die E-Mail-Adresse dynamisch austauschen kannst, die deinem Besucher auf der Website angezeigt wird. So kannst du besser herausfinden, welcher Besucher kam über Facebook, welcher kam über Google-Ads und da geht noch viel, viel mehr. Ich freue mich also, wenn du mal auf websitepiloten.de vorbeischaust. Natürlich kannst du auch hier auf YouTube gerne abonnieren und mehr Videos von mir schauen. Einfach mal unten auf Abonnieren gehen und die Glocke natürlich drücken. Nicht vergessen, damit du über neue Videos von mir benachrichtigt wirst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Dein Malte Helmholt. Dein Malte Helmholt.